Spirit of Fire, hier ist Team Roth. Wir sind 100 Meter von Anders Transponder-Signal entfernt. Treffen auf heftigen Widerstand. Wir gehen seltsame Dinge vor. Over. Stellung halten, Team Roth. Verstärkung ist unterwegs zu Ihnen. Sergeant Forge, treffen Sie sich mit Team Roth und finden Sie Anders. Aber Vorsicht, wir können diese Dinge noch nicht einschätzen. Ich habe die Koordinaten von Team Roth auf Ihrer Karte markiert. Okay, wir brauchen Strom. Zeitlevel irgendwo? Nein. Dann sollte das ja relativ egal sein. Geschütze. Ganz wichtig, Geschütze. Wir haben eine schöne Basis mit Verstärkung hier. Dass Sie jetzt nicht direkt überrennen können. Okay. Aber Geschütze sind doch ganz hilfreich. Aber ja, du, vollständig. Erstmal den Bauhof schützen, bevor wir zu Team Roth gehen. Geschütze vollständig. Siehste, hat sie jetzt schon gezeigt. Menscheneinheiten werde ich hier nicht bauen. Das ist, weil die ja einmal wieder auferstehen. Und dann zum Feind gehören. Das ist ein bisschen problematisch. Warte, können wir die Dinger jetzt mal updaten hier? Ja. Geschütze vollständig. Versorgungsmodul aufgerüstet. Ach so, ja, doch. Dann kann ich es doch da stehen lassen. Sofort. So, dann kann ich das auch mal gleich aufwerten. Los. Ja. Oh, jetzt 250. Ich werde mehr Vault-Hawks bauen hier, weil die schneller sind. So, und das Versorgungsmodul aufgerüstet. Ja, aber jetzt erst mal weiter die Geschütze gehen. Los, 250. Noch ein Geschütz. Da ist Team Roth. Was ist das? Da können wir noch einen Bauhof bauen. Das wird uns vielleicht gar nicht später ganz witzig sein. Begegneter. Komm, wir müssen. Okay. Jetzt haben wir alle Geschütze. Wir haben... Geschütz vollständig. Zwei... Ressourcen-Manager. Wir bauen aber noch einen. Und dann, wenn wir gleich mal hier resten gehen. Das waren die 250. Komm. Du schützt vollständig. Ja. Dann sind wir schon mal halbwegs sicher. Versorgungsmodul vollständig. Oh, wir werden schon wieder einladen. Was? Luft? Genau das meine. Sicher doch. Schütze erforscht. Dass wir auch Luft haben. Von dem anderen Helio-Teil. Gab es ja auch die Flatt. Nur da gab es keine Luftaktivitäten von denen. Wir können auch ein paar Skopiode fahren. Reaktor vollständig. Machen wir das mal. Was wollte ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? 500. Das. Was soll 400? fahrzeug depot vollständig machen wir mehr schaden mehr ressourcen benötigt geschützt aufgerüstet geschützt aufgerüstet geschützt aufgerüstet geschützt aufgerüstet es sei gerade aber wer und hier können wir dann dafür brauchen wir drei stroben 1200 oder ich opfer einblatt dafür festungserweiterung vollständig 750 kostet jetzt mittlerweile schon wollen wir das mal dann können wir gleich ein paar abgames machen das gar nicht so nah haben wir bisher immer 750 für die nächsten strom hier 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 versorgungsmodul aufgerüstet sträubon hier sind ja eigentlich gar nicht so hier hier oder hier hier Versorgungsmodul vollständig. Mehr Ressourcen benötigt. Ach ja, 800 kostet das. Okay, dann warten wir da mal eben drauf. Versorgungsmodul aufgerüstet. Ah, gut doch. Ach so, nein, ja, ab und ab. Das selbe ist, kann ich ein paar Wallboards bauen. Hier gibt es eine Kanole drauf, sind schon alles. Und ist denn der Typ hier? Ja. Ich bin unterwegs. Ja, warum brennt das denn jetzt auch noch gut? Dreiviertel voll. Naja, wie auch immer. Jetzt bleibt wieder stehen. Los, dann ist er das fertig. Ja, guck mal. Was ich mich frage, ist, äh... Jedes Mal, wenn ich so ein Gebäude brauche, kann ich dann 10 neue machen. Das werde ich gleich mal hier oben aufgeben. Mal ausprobieren. Jetzt geht es langsam los. Jetzt haben wir uns soweit hochgespielt. Geschützt, sag ich mal. Spirit of Fire, hier wird es langsam etwas haarig. Wo bleibt die Verstärkung? Dann loslegen. Ja, die bauen noch gerade. Ja, Sir, los geht's. Verstärkung kommt, Spirit of Fire. Ihr seid smart. Sieht jetzt ganz locker vor. Mehr Ressourcen benötigt. Wenn das fertig ist... Verstärkungen erforscht. Verstärkungen. Ach, vorerstärkungen. So, was können wir dann machen? Wir haben mehr Ressourcen benötigt. Das ist zu viel. Machen wir das mal. Wir haben mehr Ressourcen benötigt. Los geht's. Mit vier... Mit vier werde ich auch mitfahren. Und jetzt fahren zu helfen. mal klar. Geil, Mann! Greil, Mann! Was ist das? Ressourcen, ja? Ja. Nicht erledigt. Der ist... Jetzt noch ne Kerbe für den Horks. Hork kommt zum Mehl. Ach, sterbt! Starbt! Los geht's. Ein noch. kann loslegen mehr russerassen benötigt ein geheimnis greifen wir an greifen wir an hier werden wir machen Adrenalin erforscht Adrenalin erforscht wir machen alles platt was ich gewünschte Ich habe den Weg geblieben, habe ich. Mehr Ressourcen benötigt. So. Los geht's. Warthog ist einsatzbereit. Keine Ahnung. Oh, davon müssen wir 20 machen. Oh, da kommt die Liga raus. Oh, ich setze die Knappe hier. Ich bin voll geholt, Mann. Er war da. Oh, da. Okay, rückwunsch, rückwunsch. Okay. Warthog ist da. Okay. Ja, das war ein paar viele, ne? Auf geht's. Los geht's. Mehr Ressourcen benötigt. Warthog ist unterwegs. Los geht's. Ah, da war so viele Dings. Kamerasourcen. Los, 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 los. Ja, jetzt kommen die riesen Abilhäuser. Die haben die Angehörungen. Die fangt mich auch anders. Warthog ist einsatzbereit. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Schicken wir uns rein. Jetzt bring ich auf. Zu schnell. Geht nicht vor mir. Ich darf erst ausschalten, bevor wir... Basta erledigt. Ich hab geknallt. Los, 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 los. Anahe aus. Hier wird zu. So. Wer lässt sich auf euch zukommen? So. Wir ziehen los. Wir ziehen los. Okay, hier. 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 Fangen sich an. zu. Wann werden wir uns nicht mehr kümmern? Vielleicht sagen wir uns mal das. Ich bin da kümmern. Wir sind nicht mehr. 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 Wir bauen aber mehr Erfolg. Wir werden geforscht. Splitter-Sprenggranate erforscht. Eisbiet geschüttelt. Wir sind nie mehr. Das ist nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Ich mach gleich an. Los. 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 Was soll ich denn jetzt gerade machen? Achso, das heißt... Oh, die Schütze... So, hier... Nichts! Alles kann nicht! Das ist ja bei Team Alpha, wo auch noch da ist. Falk ist ja anstrengend. Okay, jetzt können wir einfach verbrauchen, wir müssen mehr Ressourcen benötigen. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob das Wettbewerb ist, wenn ich ihn rauskomme. Ich weiß nicht, ob das Wettbewerb nicht braucht. Ich weiß nicht, ob das war, aber das große Ding wird dir verletzen. Ja, als die Kolonie zerstört wurde, wirkte die große Kreatur schwächer. Unterwegs haben wir ein paar Kolonie-Kreaturen gesehen. Wir sollten sie lieber ausschalten, um das größere Ding zu schwächen. Lade Koordinaten hoch. Äh, ja, was für ein großes Ding? Skorpion, jetzt kommt sie bereit. Feindlicher Angriff. Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Es bleibt! Gut, greif! Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Alles für mich, das Pentakel-Ding, das ist ja gleich mal für mich. Greif man! Greif man! Okay, ja, scheint aber auch nur das gute Spiel. Im Moment zurück. Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Glock 88. Greif1-Gell contentik! Greif man! Greif man! He但 83. Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Greif man! Dieけ tribe! Greif man! die kreatur ist noch schwächer aber auch zeit dass sie auftauchen ich habe das transponder verloren könnte die kreatur das signal blockieren ok das kriegen wir da hin oder nicht verstanden mit links mit links mit links verstanden jetzt wollen wir hier noch eine heilung drauf feindliche Angriff um meine Soldaten wieder zu heilen verstanden ok hier unten haben wir noch einen Passwort wir bauen aber noch mehr die maximale Population erreicht mit links mit links mit links mit links mit links Mit link! Mit link! Mit link! Mit dann! Jetzt auf den Schucker! Mit link! Mit link! Schiff zum Reis! Ja, mit link! Mit link! Schiff zum Reis! Mit link! Mit link! Schiff zum Reis! Verstanden! Mit link! Mit link! Mit link! Das war ein freundlicher Angriff! Ich bin auch gehandelt und bereit. Ich bin auch gehandelt und bereit. Yeah! Erledigt! Alle Kreaturen sind tot! Captain, als die Kreatur starb, habe ich ein neues Signal im Osten festgestellt. Ich bin auch gehandelt.